ja hier ist der wies mit alberto 100 ja das ist ziemlich korrekt habe ich hier gerade kennengelernt auf e und das ist der 0. part genau 0. ihr fragt euch bestimmt was da los da los ja also ich möchte euch nur über die meisten informationen informieren ok gutes deutsch also ich möchte euch ein bisschen informieren wie weit es ist also ich habe noch nicht die genehmigung von admin für ein extra account beziehungsweise multi account aber die beuchte ich schon weil ich möchte dann schon mit neuen account anfangen hier zu zocken wenig bleibt natürlich weiterhin bestehen und die bits ist auch bleibt alles so aber ich werde halt komplett alles von neu machen und ja übrigens gut dass ich seine fce hier gerade benutzen darf also dann kann ich ja also er ist ziemlich korrekt hat sich auch bei mir eingemietet direkt habe die miete auch schon mal runter gesetzt und ja ihr wart eindeutig dafür ich habe ja noch mal dieses store pool gestartet und fünf waren wirklich dafür deswegen respekt an euch lol wo ist der denn jetzt hin ja also das müsste ich dann noch mit dem admin abklären und ja ich also ich fange dann auch also im part 1 zeige ich dann noch mal alles ordentlich weil die letzte aufnahme war irgendwie falsch gerendert ich weiß auch nicht was da los war ich hatte davor mein betriebssystem die rendereinstellungen waren halt weg wie ich sie vorher hatte und ja ich musste erst wieder importieren weil das sind doch schon ein paar feinheiten die dann den unterschied da machen deswegen ich frage immer ob er noch was zu youtube sagen will willst du noch was zu youtube sagen so ok er will nichts sagen ja dann würde ich einfach mal sagen dann passt das und dann auch da rein und wie gesagt die let's play parts wie regelmäßig die kommen muss ich noch gucken aber also es wird auf jeden fall regelmäßig sein aber ich bräuchte halt erst die erlaubnis von admin vorher kann ich nichts machen ich will den account nicht gebannt haben weil ich habe ja doch schon ein bisschen was kameraden i love radio ok i love radio darf ich jetzt grad nicht machen äh aus soundrechtlichen gründen weil wir haben denselben ping ist nicht mehr ja also der server es steht leider immer noch im frankreich und mal gucken wann er wieder in frankfurt oder wenn er vorher stand wieder steht dann habe ich natürlich bessere pingzeiten da hat jeder bessere pingzeiten ist positiv für jeden und jetzt muss ich nur noch rauskommen meine freunde und ja ich bin nicht rausgekommen aber das motorrad ja dann fahr ich noch an die stelle eben zurück wo wir dieses let's in form gemacht haben und ja dann wisst ihr bescheid für das erste part 0 ist das und ja wieder die server ip und alles ist in der beschreibung und ja dann haut darin fits mit ist mit 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 Untertitelung des ZDF, 2020